Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Gebt uns wenigstens eine Chance. Wir haben doch Nächte lang gechattet. Oh Gott. Andere Männer werden ganz entspannt Familienvater. Und dann gibt's auch noch Typen, die sind einfach nur crazy. Lass dich knollen! Mann, hab ich dich vermisst. Mann, 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 Scheiße, hab ich dich vermisst, Bruder. Deine Eltern glauben, dass du schwul bist. Wieso das denn? Tja, das frag ich mich auch. Tja, das frag ich mich auch. Vielen Dank.